da ist aber noch keiner geht aus wie eine verladestation nur eine verladung da ist nur was habe ich vor dieses ruckeln hat kotzt mich jetzt aber gerade nicht jetzt noch mal speichert speichern hier weil ich habe das gefühl ich sterbe jetzt tausend mal was soll ich denn jetzt hier machen was soll das denn das kann man mir echt nicht antun so was jetzt kamen da schon wieder tausende menschen kann man hier sollte man da hin wo ist da jemand weiter niemand dabei sind zu arbeiten das ist das für eine grüne super nötig zugangskarte will man mich verluchsen oder was nötig zugangskarte da sind schiffe da kann man hoch wie komme ich denn da hin vielleicht nur sehe ich und da gleich so ein ding es kommt weil da kann man hoch dann will ich hoch 12 munitionsverbrauch aber ist mir egal ok da komme ich wahrscheinlich doch nicht hoch hier ist noch mal schön munition da muss ich halt doch noch irgendwo weiter gehen ich weiß noch nicht wohin aber ich könnte mir schon denken ich hätte nicht geschossen ist ja auch geil so ein typ und schieß niemand wird mich kriegen ich bin wie gottfaller zugangskarte so ich nehme nur mal so die ich wollte ich das habe ich geguckt genau da habe ich ja aufgehört wurde ist eigentlich voll gut dafür für manche leute die glaube ich nicht so doll die spannung mögen weiß ich nicht so was ist aber hier kann man das mal sehen da kommen die schiffe rein ja wie soll ich toll toll sehr interessant sehr schön dann wenn da so ein schiff kommt da wenn da jetzt so ein teil kommt das ist geil 11 12 und da kann ich dann auch auf dieses ding hoch hoffentlich dieses ding meint auf diesem plattform hin zu lösen man will mich wohl verarschen man will mich doch wohl verluxen oder soll das denn da habe ich nie aufgehört so laden da ganz schnell runter ganz schnell da 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 runter ganz verliebt ich verließe scheiße ja okay ich muss das doch noch mal von diesen moment machen wo ich da bin Wieso falle ich denn ein Leben? Was ist denn da los? Hm... Finde ich jetzt noch unfair... Und... Oh meinst du... Jawohl! Fertig und reinig... Nur mal reingehen... Leben nehmen... So, dann... Abwarten... Schütz... Dings muss nehmen... Schutzweste... Das ist jetzt die Frage... Wie soll man das machen? Jetzt geht es zu... Muss man etwa so schnell dahin rennen? So... Das verstehe ich jetzt aber ja nicht... Das verstehe ich jetzt gar nicht... Hä? Was soll das denn für ne Scheiße sein? Jetzt ehrlich mal... So speichern... Bereinigt habe ich ja alles... Bereinigt... Das... Also... Ne, ich hab wirklich kein Plan was ich machen muss... Ich lauf einfach mal hier... Ja... Aber da kommt man da hin... Ja... Kann mich mal jemand hier ein bisschen belehren... Das ist ja komisch... Das verstehe ich jetzt nicht... Wieso verliere ich da Leben? Wieso kann ich da nicht da drauf? Wie soll ich das machen? Soll ich jetzt die Rennzeit... Ne... Ne... Das ist da... Warte mal... Habe ich nicht so ein Schild... Jetzt... Bums... Jetzt bin ich jetzt aber echt... Ein bisschen... Bescheuert... Gibt es irgendwas zum Aktivieren? Gibt es da nicht den Knopf irgendwas? Was ist das denn... Na jetzt wird's rot gleich... Ja... Ja... Toll... Und soll ich jetzt machen? Ne... Da war ich doch schon... Laden... Da... Hä? Verstehe ich nicht... Wie soll ich denn jetzt da drauf kommen? So... Roboter? So... Warte mal... tue tür versperren ist ein bisschen idiotisch oder jetzt kommt da so ein ding das war ich muss jetzt überlegen man stirbt so zum ausschalten nur die kamera das ist jetzt so eine sache da weiß ich nicht was ich machen soll ehrlich jetzt ich kann noch nicht die ganze zeit die schutzweste nehmen glaube ich denn drei stück probiert einfach raus geht nicht ich habe zu wenig schutzdinger das kann ich dennoch machen dass das nicht geht gut